Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Elven Ring. Heute geht es weiter und zwar nicht dort hinten. Ich habe mich jetzt offscreen nochmal ein bisschen umgeschaut bei diesem Turm. Wie hieß er nochmal? Konvertierter Randturm, genau. Und dieser Hinweis hat mir ehrlich gesagt nicht wirklich was gebracht. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir irgendwann nochmal jemanden finden, der uns das gibt. Dass wir vielleicht, wenn wir hier mal in den hier Karinischen Lehrsaal, weil Lehrsaal mit weißer das. Ich glaube, wenn wir im Karinischen Lehrsaal weiterkommen, dass wir dort das finden, womit wir, oder den Hinweis finden, wie wir hier reinkommen. Weil ich wüsste jetzt nicht persönlich, was wir da jetzt machen können. Ihr habt mir gesagt, hier bei dem Turm hier unten, bei Lennsturm, dort kommen wir mit ein bisschen Springen aufs Dach hin. Aber das habe ich probiert und ich kann es zumindest nicht. Ich glaube, es ist nicht mal ansatzweise schaffbar für mich. Also von daher, jo, haben wir somit, glaube ich, alles jetzt hier auf diesem Plateau mal gemacht. Und jetzt würde ich sagen, können wir uns vielleicht nochmal ein bisschen hier und hier umschauen. Und wenn wir das gemacht haben, glaube ich, gehen wir hier zu diesem Anwesen. Ich glaube dem, ich glaube, das ist so ziemlich das Geschickste, was wir machen können. So, jetzt erstmal ein bisschen verwirrt sein. Wie gesagt, dieses Teil dieser, äh, wo ist der hin? Der da führt mich garantiert nur, weil den kann man nicht mal aktivieren, der hätte mich garantiert nur hier runtergeführt. Wo man sogar hier mit den Dingern relativ gut rumkommt. Ja, wie gesagt. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Aber wenn wir das, äh, wenn wir dann gleich zu dem Anwesen von Carina gehen, oder wie auch immer das jetzt nochmal hieß, dann schauen wir, weil vielleicht ist es ja dort. Schau ich nochmal explizit. Möge die Gelehrsamkeit, also Gelehrsamkeit, nicht irgendwie ein Weisheitstauber, sondern Gelehrsamkeit. Ich hab das Wort wieder vergessen. Ihr müsst das rätsellösen, um einzutreten. Genau, also Gelehrsamkeit. Lehrsaal. Aber es könnte halt schon auch in einem Anwesen sein, deswegen wollte ich nochmal kurz den genauen Wortlaut auffrischen, weil das ist jetzt auch schon wieder gestern gewesen, wo ich den letzten Part gemacht hab und das dann nachher geschaut hab noch ein bisschen. Oh. Ich glaube, da ist sogar was, wo ich meinen Marker hingesetzt habe. Und, weil das Teil ist auch zu weit weg, um da zu dem Turm zu kommen von hier aus, also, das ist alles, glaube ich, ja, ich glaube einfach mal, wie beim Lehrsaal auch, werden wir wahrscheinlich einfach später wiederkommen müssen. Ich schätze mal, sehr viele von den Sachen werden so Sachen sein. Wie auch das mit dem Fest, müssen später wiederkommen, wann auch immer später ist. Aber, spätestens vor dem Endboss können wir nochmal schauen. Wobei ich nicht mal weiß, wann der Endboss überhaupt kommt, aber egal. So, ist hier irgendwas von Wert, außer paar Sonnenblumen? Hm, ne, es schaut. Also, wenn Wert tot ist, dann vielleicht, aber sonst tendenziell nicht. Hier ist auch nix. Mal mal kurz Licht, es ist dunkel. Nope. Ich hab jetzt irgendwie Angst, dass, wenn ich genau vor diesem Ding gehe, ein Bosskampf triggert. Deswegen, oder wahrscheinlich eher, wenn ich da reingehe in das Teil. Aber trotzdem, ich halt mal so ein bisschen Abstand. Die Dinger erwachen nicht zum Leben, oder? Das drinnen schaut so aus, als wären da drei Statuen, oder sowas. Hm. Wir könnten theoretisch dort mal reingehen, aber ich glaube halt hart, dass das der Weg weiter ist. Deswegen, also im Sinne von Richtung Endboss. Also, das ist quasi, was quasi in Dark Souls 1 der Weg mal in Centsfestung rein ist. Im Sinne von halt weiter. Richtung, Richtung den zwei Dudes, die wir noch töten müssen, laut dem einen. Das ist ja, Odin? Ofreer? Wie hieß der nochmal? Der Typ, der halt im Tafelrund sitzt, uns gesagt hat, ja, töte die drei, oder die vier, oder drei, und die eine ist halt, müssen wir noch jemanden finden, und dann ist alles chill. Dann wirst du der Neue. Ich glaube, dann werden wir zum, zum Herrscher des Heldenring, oder irgend sowas. Es ist halt alles ein bisschen, es ist halt Soul Story, oder halt Ring Story in dem Fall. Ja. Okay, nee, dann heißt, wir haben hier alles. Falls es, falls es aber ein Boss ist, würde ich gern 35.000 nicht verwerfen. Aber ich will doch wissen, was hier drin ist. Okay. Wir haben ja eh einige von diesen Dingen, diese hier, diese Opferzweige. Deswegen rüste ich den mal aus, und wir schauen einfach mal, ob hier ein Boss oder irgendwas ist. Drachenwundenfett. Hört sich so nach an, als würden wir gleich einen Drachen bekämpfen. Okay, ist ein Ortegner? Oh, nee, da ist irgendwas. Oh, da ist irgendwas Großes. Da ist irgendwas Großes, aber es ist auch ein Ort. Oh, der Gnade. Okay, auf der Seite geht schon mal wo weiter? Schauen wir kurz auf der anderen Seite. Wahrscheinlich gibt es da eh nur ein Item oder irgendwas. Oh, das ist irgendwas. Geileres. Wie eine verschleckte Wand. Das wäre sie jetzt, wenn das einfach geklappt hätte. Ist die Frage, kommen wir hier hoch? Jo. Ist die Frage, ob eher oben oder eher unten was ist. Ich schlage jetzt nicht jeden dieser Torbögen für eine mögliche unsichtbare Wand. Ich dachte eher, vielleicht ist hier ein Item oder was. Aber jeden einzelnen zu schlagen, oh. Ist schon ein kleiner Garten. Nice. Aber wie gesagt, jeden einzelnen von den Dingern jetzt hier zu schlagen. Wenn eine irgendwie auffällig aussieht, okay, aber sonst... Sonst ist es, glaube ich, auch ein bisschen Zeitverschwendung, oder? Ja. Ich glaube nicht, dass da reingeht. Vielleicht geht es rein und ich hätte alle machen müssen, aber... Oh. Achso, das ist ein Baum. Okay. Das ist ein Ort der Gnade, also hoffe ich mal nicht, dass hier instant ein Boss ist. Oh. Da ist ein Geist. Oh, das schaut aus, als könnte da, wenn wir vorgehen, ein Boss sein und dann wird genau zwischen den beiden Dingern eine Nebelwand erscheinen. Könnt sein oder gültender Nebel oder wie auch immer das in dem Spiel heißt. Es ist schon... Es ist nicht wirklich Nebel, es ist mehr so goldenes Licht. Oh, mit Melina sprechen. Großer Aufzug von Dektus. Nö, Das hört sich so an, als wäre das zwei verschiedene Enden von dem Spiel. Ich will übrigens hier endlich die andere gewohnen. Okay. Großer Aufzug von Dektus, also. Uh. Geht der hoch oder geht der runter? Äh, weiß ich noch nicht. Vielleicht, vielleicht beides. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nur eine Richtung, aber egal. Ah. Er ist dort. Irgendwo. Ein weiterer Pfad, der zurück zum Fuße des Erdenbaums führt. Ein urwalter Tunnel. Oh, und der schaut genau in die Richtung, wo hier das Ding ist. Ruinenübersäte Abgrund. Das ist der, das ist dann wahrscheinlich der uralte Pfad hier beim Magma Lindwurm. Und im Endeffekt geht das hier, weil, schaut euch mal an, wenn wir hier den Aufzug wahrscheinlich fahren, geht hier ein Ding. Hier geht es dann wahrscheinlich weiter, Richtung eben hier, Götterbrücke und so. Hier ist übrigens eines von den Dingern. Das markieren wir uns gleich mal. So. Und dann geht es hier aber auch noch ein Pfad in die Richtung. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Pfad bei dem Sarg zudem dazu führt. Könnte ich mir vorstellen. weiter möchte ich allerdings jetzt erstmal nicht gehen, weil das wird garantiert ein Weg weiter sein. Die beiden von hier und hier zeigen sogar in roundabout dieselbe Richtung. Also könnte es sein, dass es dort wirklich weiter geht. So, jetzt aber hier Straße zum Anwesen. Wir wollen uns heute natürlich mit dem Anwesen beschäftigen, hauptsächlich. und ja, wie gesagt, dann haben wir noch ein bisschen was in Celit. Das eine Ding am Start, aber so, ich glaube so, es geht, wir pushen dann wirklich so, da ist unser Horizont und wir müssen genau dort weiter, um in dem Spiel noch was Neues zu entdecken. So, ist jetzt gerade Tag oder Nacht oder wie schaut es aus? Ich warte mal bis zum Morgen, weil ich will denn hier dieses Anwesen mal nicht bei Nacht betreten, weil ich habe das Gefühl, das ist vielleicht schlecht. Das darf passieren. Und wenn wir das Anwesen hier fertig machen, werde ich auch mal schauen, wo hier in Leonir es noch Nachtbosse gibt. Das habe ich für den Teil, wo wir in Folge 100 waren am Anfang, mit Celit übrigens gar nicht gemacht, ob dort irgendwelche Nachtbosse sind. Fällt mir gern mal so ein. Limgrave haben wir und hier Schloss Sturmschleier habe ich auch geschaut, aber da habe ich keine Nachtbosse gesehen. Was? Ah! Ähm. Das ist weniger nice. Können wir den... Uh, einfach nicht am Weg weggehen. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich so gut ist, stehen zu bleiben. Oh Gott. Oh Gott. Castet das da hinten irgendwer? Ich glaube, irgendwer castet das und das ist gerade vielleicht relativ sinnvoll, dass wir erstmal hier so in die Ecke schauen. Oh, hier ist so ein Friedhof. Okay. Nice. Nehmen wir mit. Oh, ein paar Ratten. Okay. Auch eine große. Hä? Lass mich das nehmen. So, ha! Nennt mich den Rattenzerstörer. Alter, ich höre es quieken oder fiepsen oder wie auch immer man dazu sagt und auf einmal steht hinter mir eine, die aber nicht in meine Richtung schaut. Weird. Das waren, glaube ich, alle. Gut, gibt es hier eine Höhle oder irgendwas oder was? Das ist hier nur der Friedhof. Äh. Ich sage mal, das war es wahrscheinlich. Ich habe mir übrigens gesagt, das war vor Folge 100. Ich glaube, Folge 100 müsste heute releasen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, glaube ich. Ich glaube, ich muss die dann hochladen. Ich weiß aber nicht, ob ich das heute mache oder morgen. Egal. Was ich sagen wollte, ist, vor Folge 100 habe mir immer gesagt, dass, ähm, dass in Celit noch so einen Weg gibt, den ich gegangen bin. Weiß nicht genau, wo der sein soll, aber wir haben wir schon finden. So. Hm. Wir sind wieder... Oh, shit. Müssen wir vielleicht hier hoch, um den Caster zu machen. Also, ich... Also, ich... Ist der auf der Mauer? Ja, wow, nein, ich bin noch nicht drin. Fuck you, ich bin noch nicht drin. Ich weiß nicht, wo das scheiß Ding herkommt. Also, wo der Typ ist, der das macht. Ich hoffe, das ist überhaupt ein Typ, der das macht und nicht einfach so wieder so eine Naturerscheinung wie die Blitze im See. Aber es hört sich so an, als würde der irgendein... Oh, Alter, hier... Der macht alles platt! Okay. Vielleicht ist es die Lösung, einfach erstmal reinzugehen, aber das wäre zu einfach, deswegen... Da unten waren, glaube ich, diese komischen Hände, diese verfickten... Alter, ich höre... Vielleicht ist er hier. die Urschette des abscheulichen Kuckucks verloren bei der Belagerung des Anwesens von Caria. Caria heißt das. Und Kuckuck, das heißt... Okay, erstmal hier hinsetzen. Äh, Kuckuck, das, äh, das kennen wir ja. Das sind die Typen, die hier jetzt das Anwesen belagern. Und Caria und nicht Carina. Ich weiß nicht, warum ich es immer Carina... Aber ich habe auch Morne immer Monroe genannt, also... Vielleicht bin ich einfach dumm. Vielleicht ist das das Rätsellöser. Vielleicht bin ich einfach dumm. Ähm, hier rechts geht es auf jeden Fall noch runter. Das werde ich mir auf jeden Fall anmerken. Hier mal hinschauen. Hier, Wegpunkt. Äh, das hier wird wahrscheinlich von nachher sein und das da rechts sowieso. Okay. Na, dann schauen wir mal. Anwesen von Caria. Oh, nein! 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 Okay. Hilf! Kristallina, hilf mir! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Okay. Wie wäre es mit folgendem Plan? Ich verstecke mich hinter dem Baum und das Vieh macht ihn. Da! Okay. Darf ich bitte den Nebel einsetzen? Werde mir sehr böse, weil ich hab echt Angst vor den Vieh! Nein! Das vereint meine zwei größten... Das ist wie meine zwei schlimmsten Viecher in einem. Ich hasse nämlich auch Oktopusse, vor allen Dingen, weil die so viele Arme haben. Das geht mir so richtig gegen einen Strich. Und jetzt sind hier solche Viecher quasi... die sind schlimmer als die Landoktopusse für mich, weil die sind so richtig das, was ich verabscheue. Okay, ich weiß nicht, ob der dann sich verpisst, der Kristallina. Ah! Okay. Alter, nein, 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 nein. Okay, ich dachte, hinter uns das wäre auch einer. Ah! Ah! Angriff! Auf sie mit Gebrüll! Nein, 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 nicht mich, nicht mich. Ja! Ah! Ich hasse die so sehr. Alter, wie die... Alter, das ist richtig ungut. Und die geben sogar nur Zweiersteine. Okay, die kleinen sind so einigermaßen okay, aber die großen, die sind halt echt ungut. Kleinen, sie sind zumindest so im Sinne von ich kann mich überlegen fühlen, aber die großen... Ah! Alter, ich kann ja nicht mal vernünftig hin... Ah! Alter, ich kriege halt Albträume, das weiß ich jetzt schon. Sollte jemals irgendjemand eine Liste mit den geschissensten Bossen aus Souls machen und die sind nicht Top 1, dann stimmt mit der Liste irgendwas nicht. Aber ganz hart. Bitte nicht. Nein, nein, wo ist der Kristalliner, wenn man ihn braucht? Hilf mir! Ja, ich mach die kleinen und du machst die großen. Das ist fair. Ja, Alter, wenn der diesen Angriff macht, Alter, ich kriege echt zu viel. einigen, die schauen richtig realistisch aus, als ob halt wirklich jemanden so ein Scan von einem Ding gemacht hat und dann... Oh, nee. Vor allen Dingen, dann kommen die auch noch aus dem Boden, also das ist wirklich alles Schlimme. Alles Schlimme zusammen. Und die haben auch noch Kinder. Das ist halt richtig, Alter, wie wiedererdig willst du sein? Ja. Ja. Oh Gott. Okay, ich höre da hinten einen Ding. Ding. Mach den! Mach den! Mach ihn! Ich kriege einfach die Aufmerksamkeit, damit ich den, weil ich mal viel Damage wegmachen kann. Alter, wenn ich hier, wenn ich hier jetzt habe gesagt, ich soll mal, ich soll mal ein anderes Schwert verwenden irgendwann, also wenn ich jetzt hier nicht den Damage machen würde, was ich jetzt mache, dann, dann fuck ihr da einfach. Ich wäre komplett am Sack. Ich hasse diese, diese Viecher so. Eiswappenschild. Ist da unten noch einer? Nee. Ah. Das ist jetzt schon mein Least-Favorite-Gebiet. Allein wegen den Gegnern. Bullshit. Allein wegen den Gegnern kann ich jetzt schon nicht schnell genug von hier wegkommen. Ah! Das ist ein Nebendesvieh! Ich dachte, das wäre, wäre so irgendwie ein todener Leiche im Boden oder so und dann lebt das. Oh, nee. Oh, nee. Vor allen Dingen, ich kann hier auch das Ding nicht rufen. Okay, hier war eine Tür. Oh, Leute. warte. Und hier war doch eine Tür. Hä? Wo waren die Türen? Und wo ist der Eingang? Hä? Und war hier der Eingang? Sind wir hierhergekommen? Nee. Hä? Wo ist der? Okay, nee, der Eingang war hier drüben. Alter Schwede. Das ist hier echt groß. Ja, da ist der Ort der Gnade. Hier war irgendwo eine Tür, wenn man sich so ein bisschen rechts hält. War hier doch irgendwo eine fucking Tür, oder? Hier ist der Brunnen in der Mitte. Ach, quasi Eingang, Brunnen in der Mitte und dann ist rechts eine Tür. Das war eklat. Nein, nein, bitte nicht. Hilf mir, Pistoliner, wo ist der? Was ein Wichser, komm, mach den. Hätte ich gewusst, dass hier diese Viecher sind, hätte ich wahrscheinlich beim großen Aufzug von Dektus weitergemacht. Und hier, anwesend von Carriera, hier ist der Weg nach oben, wo auch dieser komische Brunnen ist, wo ich glaube, dass da irgendwas Geiles sein wird. Goldene Brune, Alter, ja. Okay, aber wir schauen uns erstmal die Seite an. Die rechte Seite des Anwesens, sag ich jetzt mal. Hier war vorher das, wo ich gesagt hab, das ist die Leiche im Boden. Oh, aber hier, AAH! Okay, nur ein kleiner. Genau, hier ist das Tor. Also ab hier, das schauen wir uns später an. Wir schauen uns jetzt erstmal im First-Teil des Schlosses um. Hier ist nix. Oktopus. Vor allem, die kommen halt aus dem Boden. Das ist halt wirklich alles, was ich gefühlt an Gegnern. Also, die sind schnell, die sind zwar nicht klein und schnell, aber dafür sind sie halt so wie Oktopusse. Oktopusse, ich hasse, ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich Oktopusse hasse. Ich kann es euch nicht sagen. Das ist so ziemlich, ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich die Viecher hasse. Das ist hier eine unsichtbare Wand. Ne. Okay, also hier, oh, hier geht es auch noch hoch. Alter, das ist nicht nur das scheiß Gegner und Ding und... Oh. Hey, warum kann ich nicht wechseln? Oh, vielleicht war so einer da... Oh, nein, 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 Handbuches, Schimmer, Stein, Schimmer, Stein, Wurscht. Ich würde dich ungern verlieren. Oh. Oh, noch so einer. Oh, hier sind magische Minen. Ich glaube, die haben wir schon mal irgendwo gesehen, aber okay. Gerne, gerne ganz viele von diesen magischen Minen, solange, solange kein, Dreier, okay. Solange nicht so ein Drecks Handvieh kommt, gerne 100 von diesen Fallen. Gerne, gerne. Alles, nur nicht die großen Handviecher. Oh, hier ist die Mauer, die wir von unten gesehen haben. Okay, meint, aber dann ist hier nix. Aber es ging doch irgendwie, irgendwie, es ging doch hier irgendwie genau, da oben muss man doch auch hinkommen, wo so diese Holzbretter sind. Aber offenbar nicht hier durch. Okay, vielleicht von woanders, kann ja sein. Weil da oben ist ja auch eine große Brücke, also vielleicht von der anderen Seite. Hier ist der Eingang. Okay, dann schauen wir uns mal die, das heißt, damit haben wir eigentlich schon die rechte Seite gemacht. Also wir haben uns jetzt quasi bis, hier ist glaube ich der Weg hoch. Genau, also wir haben uns jetzt diesen Bereich angeschaut. Okay, jetzt den linken. Alles klar. Also die Karte, muss ich sagen, ja, ich bin nicht so dumm. Die Karte, muss ich sagen, ist schon sehr angenehm. Die Karte ist sehr angenehm. Ah. Die Karte ist sehr angenehm. Also wenn ich sie wie in der Achselzwerge ohne Karte, glaube ich, würde ich bei den meisten Gebieten hier richtig hartstuck sein. Die geben immerhin gut Dunkelschmiedesteine 2, aber halt auch nur 2. Oder ich sehe da hinten schon wieder Finger aus dem Boden schauen. Hier auch, aber das müsste ein kleiner können. 700 Damage dadurch. Vielleicht kriegen die extra viel Damage, wenn die im Boden sind. was für eine Scheiße einfach jemand. Frage, was passiert, wenn... was? Ah, Alter. Ah. Boah. Boah, wie viele Finger haben die denn? Welche ich? Ich zähle... Ich zähle das mal bei dem Großen, der da oben an der Wand hängt. Der Kristalliner ist auch schon fast tot. Wie viele haben die denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, fünf und fünf und in der Mitte den Großen. Helfinger, irgendwie. Alter, sehr schlimm als Kraken, weil bei Kraken ist es immer nur acht oder zehn oder... Oh ja, Mama macht das von mir, aber nicht die Kur... Ja, ja, von mir ist es. Nicht den komischen Mich-Ficken-Move. Es darf weh, da ist auch einer. Wenn er von der anderen Seite, wenn er von hier aus durchkommt... Und dann springt da einen von oben auf einmal einer an. Alter. Nee, auf sowas habe ich halt gar keinen... Ich seh den Großen. So, versuchen wir wieder... Ich glaube, das hier... Ist nämlich gar nicht so blöd. Dass er den quasi mal ein bisschen... Ja, das ist eine gute Strategie, wenn man die schon sieht. Das ist eine gute Strategie. Ha! So ein kleiner. Moment, ich glaube, wir kommen auf der anderen Seite... Oh! Ernsthaft? Das hat mich getroffen. Halte, Alter. So viele kleine sind auch ungut. Das ist ein großer, ja. Allein dieses Geräusch... Ich fühle mich gerade wirklich nicht gut hier in diesem Gebiet. Ich glaube, ich habe selten in einem Souls-Teil... Mich in einem Gebiet so richtig schlecht gefühlt. So richtig, als ob... Keine Ahnung, als ob mir gleich das Essen hochkommt. So richtig... Und das sind nur die Gegner, also nicht das Gebiet selber. Ich glaube, das letzte... Ich glaube, das einzige Mal, wo ich ähnlich... Oh! War... War hier in... In Bloodborne. In dem... Ähm... Wie hieß es? In dem... Ähm... Shit! Wie hießen das? Das eine Gebiet, das gegen Ende war, wo... Weil dieses richtige... Alles... Unfassbar... Schon fast Lovecraft-mäßig war. Boah, wie hieß denn das Gebiet? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich nicht mehr. Ich hab's nicht... Gut! Genug umschrieben! Da ist wieder ein großer! Ja! Ja, das machen wir in Zukunft. Hier sind auch so viele von denen. Au! Au, wir sind hier. Aber das heißt, hier gab's auch keinen Zugang nach oben. Warum? Wahrscheinlich ist der Zugang nach oben erst später. Also weiter hier hoch, meine ich. Mit später. Da rechts waren wir schon. Da... Die sind halt... Die Land-Oktop... Ich meine, ich hasse Oktopusse. Aber die Land-Oktopusse sind irgendwie... Weniger oktopussig als die. Weil die Land-Oktopusse sind irgendwie so... Sind Oktopusse, aber um so ein... So ein komisches, festes Bündel herum. Und hier, die sind einfach so... Keine Ahnung. Die sind das, was ich an Oktopusen nicht mag. Mal zehn. Kenne ich vergessen. Hä? Oh, wenn ich hier hochgehe, dann ist Ende. Mit dem Kristalliner. Oh ja, wirklich. Das ist unangenehm. Hier war das mit dem großen Dude. Das ist jetzt wirklich unangenehm, dass ich hier weiter muss alleine. Ich hoffe, das warnt dann alle von den Kack-Gegnern. Oh. Bye, bye. Jetzt lasst... Jetzt lacht mir dieses kleine Dreckskind allein. Ja, das ist zumindest nicht der allerletzte gewesen, weil... Hier ist noch einer. Ich weiß nicht, ob man da raufkommt, aber auf diesen großen Ding... Ja, ich glaube, da kommen wir gleich rein. Ich glaube, den Garten haben wir dann hoffentlich jetzt hinter uns gelassen. Das ist ein Gebiet, sollte ich das Spiel nochmal spielen, werde ich da hier entweder nicht machen oder wenn was Gutes uns erwartet, werde ich wahrscheinlich durchlaufen und nicht hier all die großen besiegen, weil ich das hasse. Ah ja, und jetzt darf ich hier wieder... Okay. Na, Moment. Okay. Nein. Hilfe! Hilfe! Scheelette! Scheelette! Oh nein, ich verliere die Skelette, wenn ich nicht... Okay, ich bin wieder im Gebiet. Ganz kurz hier den Stein holen. Und direkt wieder rein ins Gebiet mit den Skeletten. Das muss ich sagen, warum sind das zwei Gebiete? Ich meine, wir sind da, ich dachte, wir kommen da hin. Okay, weird. Wir kommen jetzt hier rein, ich dachte, wir kommen da nach oben. Hm. Also auf die nächste Ebene. Laut Karte. Okay, hier ist es natürlich schwierig auszumachen, ob so ein Drex-Thing irgendwo ist. Okay, hier scheint aber auch nichts zu sein. Werden jetzt wahrscheinlich auch die nächsten Parts noch die ganze Zeit so... Ist hier so ein Drex-Thing? Ist hier so eins? Hm. Die ganze Zeit ein bisschen... ...hard suspicious sein, dass irgendwo eins von den Dinger noch rumturnt. Oh. Oh. So ein Lütt. Was? Das da... Draußen war so ein 5-Meter-Gebiet? Fuck you, Spiel. Okay. Herrin, Rani, seit langem erwarten wir euch. Ich bete für die Kasche wieder Auferstehung eures Hauses. Möge der Vollmond über Kari erscheinen. Rani, das ist die... Das ist... Hm, das war nicht so geschickt. Das war die... Das war... War das die Tochter der Vollmond-Königin? Oder Schwester? Oder who knows? Ich glaube, Tochter. Aber ich glaube... Hat sie nicht gesagt, dass die... Die wir besiegt haben, die Rune abgegeben hat? Aber die hatte eine Rune dabei. Und diese... Oder nee, Rani war die, die die Rune bekommen hat am Anfang. Und hat die dann der Vollmond-Königin gegeben. Weil... Das ihre Mutter ist. Oder sie ist die Tochter und Rani ist die Mutter. Alter. Bin verwirrt. Okay, hier ist Stuff. Okay, was hier? Wie gesagt, lore-technisch bin ich, glaube ich, echt nicht hart bewandert in dem Spiel. Aber so ein bisschen untere Ebene des Anwesens. Ähm, dass das die untere Ebene ist, ist ein bisschen weird. Haupttor. Okay. Das heißt, wir waren im Garten und jetzt sind wir auf der unteren Ebene. Obwohl das irgendwie wie die obere Ebene ja schon erscheint. Aber... Who am I to judge? Solange keine Viecher mehr kommen... Oh. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Aber gut. Einen Schmiedesteinbau. Es ist trotzdem ein bisschen weird. Dieses Ding hier vom Aussehen und von der Beleuchtung und allem. Harte Vibes an Demon's Souls. Und sollte ich jemals eine Playstation 5 in die Hände bekommen? Falls ihr wisst, wo man eine Playstation 5 aktuell kriegen kann, ohne 4000 Euro zu bezahlen oder was. Sonst so eine ganz normale 500 Euro Playstation 5. Gerne mir sagen. Und, ähm, sollte ich einen in die Finger bekommen? Demon's Souls Remake garantiert. Habe ich gesagt, hier erinnert mich hier an die... an 3-1, an den Bosskampf. Von, ähm... Fool's Idol. Wie heißt der? Puppen? Die Marionette? Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch hieß. Aber auf Englisch Fool's Idol. So. Das ist Rache. So. Oh. Hallo. Nur sicher gehen, dass die nicht auch hinter mir kommen. Und die zaubern. Ich bin selber Zauberer, also... So braucht ihr gar nicht anfangen. Okay, die sind einigermaßen schwach. Messingschild. Hä? Bin ich grad... Ich bin nicht... Ich kann über die Pfeile durchspringen. Da. Also drüber springen. Durchspringen, genau. Drüber springen halt. Messingschild. Das... Könnte theoretisch gut sein. Ohohoho. Es ist nur schwerer. Aber es ist immer noch mittlere Last. Also solange wir keine Ausrüstung finden, die geil ist. Dammit. Achso, genau. Ich hab hier den Opferzweig immer noch ausgerüstet. Wollte grad sagen, ich generiere irgendwie kein Ding. Keine Gesundheit. Aber sehr cool, dass wir jetzt einen neuen Schild haben. Und ich mein, wir sind jetzt hier nicht weit gekommen. Das heißt, ich bin in harte Versuchung, den jetzt erstmal abzugraden fürs Weitergehen. Vielleicht lässt sich der mit Dunkelschmiedestein aufleveln. Das wär zwar einerseits gut, weil wir viele leicht kleine davon haben jetzt seitletzten. Aber auch nicht so gut. Weil wir... Weil wir halt das Problem haben, dass wir... Ach ja, apropos. Zwei Finger. Das heißt, diese elf Finger, das... Es fällt mir jetzt erst auf, dass die ja vielleicht irgendwie related sind. Mit den elf Fingern im Vergleich zu den zwei Fingern. Das gefällt mir nicht. Hast du mein... Das ist falsch. Ja, genau das da. Äh, macht nix. Okay. Außerdem können wir aufleveln. Wollen wir verstärken. Es sind normale. Nice. Jetzt muss ich ernsthaft drüber... Jetzt muss ich ernsthaft drüber gehen und mir Schmiedesteine kaufen. Normale. Belastend. Wir können derweil aber... Vielleicht kann der uns mal sagen, wer Ranni nochmal war. Wenn wir schon da sind. Kaufen. Normale Schmiedesteine. Kommen wir gleich noch ein paar mehr. Und in zwei... Da haben wir elf von davon. Davon werden wir auch ein paar wahrscheinlich verwenden. Du warst der Typ. Also du bist nicht irgendwie ein krasser Dude. Ich frage dich nicht, sei dankbar für den Halt, Sir. Und es ist alles, was deine Tod und Deform und... Okay. Keine Ahnung. Der wird sicher nochmal böse und hier irgendwen abschlachten. Ich frage mich, ob das wie Yurt the Silent Chief ist. Ja doch, es war Yurt the Silent Chief in Demon's Souls und ich sollte ihn töten, bevor er hier anfängt, irgendwelche Leute umzubringen. Weil es ihm so ist, könnte ich mir das gerne sagen. So. Ah. Ah, das ist doch ein Prinzess. Ah. Boah, also Ranni hat die nicht mehr. Deswegen hatte die andere, weil die... Also wahrscheinlich hatte dann die Mutter die. Ach so, nein, 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 nein. Das haben wir gerade gehabt. Ich wollte das andere fragen. Ich wollte das andere fragen. Okay, ja. Okay. Das heißt... What the fuck? Es sind einfach Bücher gerade mir nachgeflogen. What the fuck? Einfach nur. Okay. Wurscht. So. Also. Ich brauche noch siebenmal Dunkelschmiedestein. Also. Auf drei. Oh, wir könnten es noch höher verstärken. Haben wir schon 60 Abwehrbonus. Oh, 61 Abwehrbonus. Ah, vierer Schmiedesteine brauchen wir. Vierer Schmiedesteine finden wir aber in letzter Zeit, glaube ich, ein bisschen. Also von daher, ich glaube, jetzt haben wir noch mal ordentliches Plus beim Schild gemacht. Die Karte war ganz kurz unscharf. Also wir haben gut Plus beim Schild gemacht. Gerade auf jeden Fall. Das ist wahnsinnig gut, finde ich. Von 56 mit einem Plus 12er Schild haben wir jetzt auf einen Plus 8er oder 9er Schild. Auf, ähm... Oder ist es 8, 9? Weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall, jetzt haben wir 61. Also wir haben einfach mal 5 von Abwehrbonus. Das sind, wenn wir bei 60 sind, sind 5... Wenn mich mathematisch nicht ganz täuscht, sind das so roundabout 10, 9%. Also schon relativ gut Progress. Und jetzt haben wir ein 11er statt ein 12er Schild. Und statt 56 hat 61. Und das heißt, das ist auf jeden Fall besser. Und es hat auch alle Magisch-Feuer-Blitz besser. Nur es ist halt schwerer. Aber es hat alles 5 bis 10 besser. Also Feuer 10 besser und alles andere 5 besser. Warum auch immer ein Metall-Schild besser gegen Feuer ist, als ein... Na gut, als ein Holz-Schild, okay. Das gegen Feuer-Metall-Bässe ist, als Holz, okay. Aber es ist trotzdem noch nicht optimal, glaube ich. Und das ist halt, falls wir jemals... Das ist von hier Karinischer Schild. Äh... Falls wir jemals hier einen Magie-Gegner als Boss haben, können wir den nehmen, weil der Hart-Magie blockt. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir heute ganz gut Progress gemacht. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Let's Play Elven Ring. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Und nächstes Mal gehen wir irgendwo hin weiter, wo es hoffentlich weitergeht. Ich glaube, wir müssen dann irgendwie dort hoch. Aber... Mir fällt gerade auf, vielleicht kommen wir da hoch, wenn wir hier irgendwie auf der Seite lang gehen. Aber ich seh nicht wirklich einen guten Weg auf der Seite lang. Ha. Ha, 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 ha. Uh. Uh, ich seh einen Weg auf der Seite lang. Das machen wir nächstes Mal. Aber ich bleib hier stehen. Fuck you. Wir sehen uns nächstes Mal bei Let's Play Elven Ring. Bis dahin sage ich. Tschüss. Ich hoffe, das Fee kriegt mir jetzt nicht. Tschüss, Leute. Bis dahin sage ich jetzt. 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 Vielen Dank.